halli hallo ihr lieben hier ist die ebi ja es ist der 24 dezember und das bedeutet es ist weihnachten wir sind endlich im weihnachten angekommen und ein jahr ist schon wieder um und ja die zeit vergeht wie im flog muss man mal so sagen deswegen ich wünsche euch an dieser stelle ja ein ganz ganz tolles weihnachtsfest viele erholsame tage erholt euch wirklich gut gut durch ein bisschen aus genießt die freien tage vor allem mit euren freunden familie und so weiter und ja was soll ich sagen ich bin total begeistert ja über die bisherige entwicklung auf meinem kanal und ich bedanke mich an dieser stelle auch für die abonnenten die ich bisher bekommen habe und ich hoffe dass es noch ein bisschen mehr werden und ich freue mich auch über kommentare die ihr immer so schreibt und ja und ich bedanke mich auch für die die meine videos ganz fleißig gucken das freut mich natürlich sehr und ja und ich hoffe dass es dann 2020 dann noch so schön weitergeht genau ihr lieben so dann verabschiede ich mich an dieser stelle aus dem video und ja und genießt noch die paar szenen die ich für euch aufgenommen habe und bis bald ihr lieben so Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018